Jährlich verbrauchen Städte und Industrieanlagen weltweit riesige Mengen an Energie. Doch wie wird dieser enorme Bedarf erzeugt? Und welche innovativen Prozesse und Anwendungen sind heute und in der Zukunft damit verbunden? Herausforderungen, denen wir, die Meraner, uns täglich stellen. Seit unserer Gründung im Jahr 1862 dreht sich bei uns in Meraner alles um Energie und deren effiziente Nutzung sowie Rückgewinnung. Es begann mit kleinen genieteten Dampfkesseln, bevor hochspezialisierte Schweißtechniken ganz neue Möglichkeiten für die Fertigung komplexer Druckteile brachten. Dieser erworbene Erfahrungsschatz ist damals wie heute die Basis unserer täglichen Arbeit und ein Grund, warum unsere Produkte auf der ganzen Welt bekannt sind. Unser Hauptsitz befindet sich am mitteldeutschen Standort Merane und ist verkehrstechnisch bestens vernetzt. Auf einer Gesamtfläche von 86.000 Quadratmetern verteilen sich unterschiedliche Produktionshallen, Lagerflächen und Büroräume. Hier widmen wir uns der Planung, Beratung, Fertigung und Vormontage hochbelastbarer Druckteile und Komponenten für Wärmetauschprozesse, Energieumwandlung, Prozessdampferzeugung, Abhitzeprozesse und den Transport oder der Speicherung von Medien wie Flüssigkeit oder Gas. Ob moderne Energietechnik, klassischer Kraftwerks- oder verfahrenstechnischer Anlagenbau, unsere langlebigen Teile arbeiten zuverlässig in komplexen Anlagen rund um den Globus. Dabei bedienen wir die unterschiedlichsten Branchen, von der regenerativen und klassischen Energieerzeugung über die thermische Reststoffverwertung bis hin zu den komplexen Verfahren der Petrochemie sowie Papier- und Stahlindustrie. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden ein umfangreiches Portfolio individueller Serviceleistungen. Egal ob Ersatzteile, Montage, schweißtechnische Beratung oder klassische Lohnfertigung, mit Qualität und Effizienz widmen wir uns ihren Anforderungen. Aber auch die Weitergabe von Fachwissen hat in Merane dank einer eigenen Akademie eine lange Tradition. Internationalen Kunden bieten wir individuelle schweißtechnische Fachkurse auf höchstem Niveau. Wertvolles Wissen, das wir gezielt in entsprechenden Sonder- und Speziallehrgängen an unsere Kunden und Partner vermitteln. Braucht es ein Wort, für das wir, die Meraner, weltweit bekannt sind, ist es ganz sicher Qualität. Mit Hilfe unseres akkreditierten Prüflabors und dessen zertifizierten Personal führen wir moderne Prüfungen und umfassende Kontrollen durch und garantieren so unser Qualitätsversprechen. Wir, die Meraner, sind das Ergebnis einer langen Erfolgsgeschichte. Unsere Stärken bauen auf herausragende Technologien sowie jahrzehntelange Erfahrung. Dabei fertigen wir qualitativ hochwertige Produkte, pflegen einen unermüdlichen Innovationsgeist und immenses Fachwissen. All das schweißt seit über 150 Jahren fest zusammen und rüstet uns als erfahrenes Team für die spannenden Aufgaben von morgen. Die Meraner. Qualität schweißt zusammen.